Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mario Bros. Die kranke Scheiße. Ah, hier ist Lost Levels und ich glaube ich werde sterben. Nee, doch nicht. Nein! Scheiße, Fehler. Ja, auf Lost Level habe ich nur gewartet. 7-3 mit den grünen Federn und das Spiel besteht aus nichts anderem als diese grüne Feder-Kacke. Und dem Wind. Jede Menge verkackter Wind. Oh, mein Gott. Hier ist irgendwie kein Boden. Doch. Chill. Sehr schön. Oh Gott, läuft's. Oh mein Gott. Oh Gott, nein! Es war so gut. Oh, es gibt einen Checkpoint. Der bringt mir bloß nicht viel. Hä? Warum hat es nur so kurz gereicht? What the fuck? Das hat davor länger gereicht. Erzähl mir nix. Ich betrug. Ja, das Level ist lustig. Nicht. Ich glaube hier muss ich bereits... Ja. Ja. Oh, du fliegst ein bisschen random runter hier. Das ist unglaublich. Oh, ich wacke. Bitte, 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 bitte. Ja! Danke. Oh, bei mir was bringt, ist die andere Frage. Okay. So. So. Jetzt nochmal hier. Fuck, dieses Mal bin ich über den Kuba drüber geflogen. Das Level ist happig, aber nicht unmöglich, es läuft ja ganz gut bisher. So hier fliegst du ja irgendwie nur ganz kurz. Fuck, was machst du da links? Spawn, der fliegt da irgendwie so links runter, Alter. Vorsicht, da ist er schon wieder. Ich glaube, das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Mit dem beknackten Wind und allem. Alter Schwede. Pass das schon da drüben, liebe ich. So, diesmal wieder besser, 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 besser. Und stopp. Sehr schön. Wind hat aufgehört. Boah, ich bin vom Ziel gestorben. Ich hätte das Level beinahe gefunden. Ich hätte das Level beinahe gefunden. Naja, nicht für Stride, aber ziemlich schnell geschafft, wenn nicht so ne Scheiße passiert. Und das siebte habe ich echt mies in Erinnerung. Was ist denn das? Also an die anderen Kapseln konnte ich mich kaum erinnern, aber das siebte weiß ich noch ganz genau. Das war so... Was ist denn das? Alles klar. Die Plattformen gehen alle gleichzeitig in den Tod. Alles klar. Schön zu wissen. Ja, und dann funktioniert der Sprungknopf wieder nicht. Das ist echt ne Kinderkrankheit von diesen alten Marios. Ihr Sprungknopf ey. Oh fuck. Jetzt sind wir langsam hier in der Zone, wo Game Overs zu einer täglichen Erscheinung in den Level werden. Aber es ist eigentlich schon der letzte Standardpart dazu. Dieses Mal möchte ich natürlich die Story in Anführungszeichen, die nicht vorhanden abschließen. Was ist denn das? Seid ihr komplett gestört? Okay, doch geht. Jawoll. Alter. Bitte oben landen. Bitte oben landen. Bitte oben landen. Bitte oben landen. Ah, ich hätte mir dann Wunder holen können. Ich honke. So, Vorsicht. Hier kannst du stehen ohne erwischt zu werden. Help. Please call the police. No. Nicht die Police. Die Dings da. Types im weißen Anzug und so. Ich brauche Hilfe, Alter. Nein, eigentlich brauche ich nicht ich die Hilfe, sondern die Entwickler von dem Scheiß hier brauchen die Hilfe. Das Jahr aber der siebte Castle war schon ziemlich asozial. Habe ich schon noch alles richtig in Erinnerung. Nein, ich bin immer zu blöd den nach vorne zu kicken. So, hier kann ich stehen. Dann an denen vorbei. Da... Kann ich auch stehen. Auch wenn es nicht so aussieht. Man kann da stehen. Flammen. Holy fuck. Die war gerade so arschfies, dass die mich nicht getroffen hat. What the fuck ist diese Fire Road? Optimal. Nice. Boah. Fuck. Die Fire Road war so fies. Platziert da. Oh, Mann. Wenn der seine Hämme ein bisschen beknackter geworfen hätte, wäre ich so drauf gegangen. Boah. Achter, eins. Ist hier schon ein Hammer, Bruder. Ich habe hier schon keinen Bock mehr. Vielleicht irgendwas irgendwie... Nein, wir sind in der 8. Alter, ist aber nicht. Holy shit, Alter. Ist hier tatsächlich was. Die lass ich mal eben vorbei. Und tschüss. Der wird auch zur Standarderscheinung, was? What the fuck? Ich bin da durchgekommen. Ja, tschüss. Nee, 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 du. Das ist doch einfach nur noch krank, Alter. Das ist doch einfach nur noch krank, Alter. Da ist kein Wind. Wie viel denn da scheiß Wind. Natürlich. Muss dir das sein. Ey, was willst du da denn machen, ganz ehrlich? Das Sprung, das ist, ne, einfach nur, ne, da ist er, kommt, geht er durch, ja, danke. Letztes Leben für dieses Level mal wieder. Jetzt wird's zunehmend witziger, glaub mir. Jo, nein, guck mal, die spawnt, jawoll, so brauch ich das nicht. Da, dich, dich will ich sehen. Geh runter. Genau so. Ach so, du bist so wahnsinnig, Alter. Da brauch ich eigentlich den Pilz. An der Stelle brauch ich den Pilz. Ohne Spaß. Den ich jetzt eventuell verliere. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so beschissen gesprungen. Fuck, die Bulletpills sind schon da. Ich will doch einfach nur da durch. Ja, ist tot, er ist tot, er ist tot. Und natürlich springst du mir in die Fresse, du scheiß Arsch. Alter, wie viele von den Dudes gibt's hier und dann ist so ne... mich wirklich berichtet. Du hast doch auch einen Glöckchen, das ist ein Blöckchen. Ich blöck mich mit dem Brenz... Ich schraub mich an. Aber ich bin so ein Blöckchen, wie viele von den Buben geht. Alles, alles, alles. Ich blöck mich an, aber du bist hier. Fickdinger da. Oh mein Gott. Oh shit. Sprung! Knopf! Spure ich das Ding. Ich zerreiß es in der Luft. Hallo? Danke. Danke. Ah. Fuck. Pfuh, Alter. Einfach nur Pfuh. Nein! Du bist doch ein Arschloch ohne Schmane. Vor allem warum setzen die die immer so hoch? Ach der Welt wird so ein Spaß. Vor allem ich erinnere mich noch dunkler ins dritte Level. Das ist wieder hier richtig lustig. Wie schon im Original. Ungefähr so ist hier das dritte Level. Nein, eigentlich noch was sozialer. Hör auf. Danke. Okay. Tote ihn. Danke. Hör auf. Ja, das ist ein bisschen drüber zu springen und stirbst einfach nur... Okay, hier kommt erst die Stille mit der für eine Pflanze und dann bin ich zu blöd zu allem! Fuck, Alter! Einfach nur Fuck! Ich merke auch, wie meine Wahrnehmung gerade nachlässt. Ist das irgendwie ganz komisch, Alter! Wahrscheinlich ein Migräne anfall von dem Stahlspiel. Nein! Warum? Die sieht man doch noch gar nicht! Leute, ich bin über den Gewand! Warum ist denn da so ein Arsch, Alter? Hey, es ist doch nur noch verarschend das Gleiche. Ich hätte es halt geschafft, wenn da jetzt nicht dieser scheiß Arsch gewesen wäre! Hm, dieses Spiel! Ihr seid die ersten vier Welten, die sind anspruchsvoll, aber witzig! Aber! Es kommt dann dieser Punkt, der ist ungefähr ab Welt 6. Da kannst du einfach nur rollen, wenn du das spielst! Ja, hallo! Danke, der spawned auch mal! Boah, und dann fast verpennt! Nein! Was über dich drüber, du Arsch! Komm, gerauste! Ganz ehrlich! Geh einfach ins Scheiß! Gutes! Holy shit, Alter! Der... Ja, hallo! Ich bin ja so knopf! Ich bin ja so knopf! Ich habe es da zu... Ach, zwei! Oh! Es geht gleich weiter! Ähm, was ist da drin? Wer ich nicht erfahren? Gut! Ah, da ist ein Giftpilz drin. Toll. Ja, ganz toll, Alter. Da ist tatsächlich ein Witz drin. Ich werde wahnsinnig. Kriege ich da einen Ponderbrot raus? Nein, natürlich nicht. Um's Arsch direkt nicht. Ja, geil, Mann. Ein Stern. Ja, lol. Lauf. Der Bonus. Das war Reki auch noch da drin. Aber so Arsch hier wirkt das Level gar nicht. Also da wirkt das so ein Grad, das 8 Eizel? Um Länge hin schlimmer. Ohne Spaß, ey. Drei Sprungfeder sind scheiße und alles, aber holy shit. Okay, da ist nichts drin. Gut. Wenn's hier einfach über den Haufen ist, jedoch scheißegal. Ohne Spaß, Alter. Scheiß auf die Münzen hier. Du kriegst eh kein Leben zusammen. Und selbstverständlich interessiert eh keinen. Noch mal so ein Scheißsprung? Hä? Oh, fuck no. Was ist da drin? Seid ihr eigentlich bekloppt oder so? Jo, der kommt da jetzt. Ich bin raus. War das das Level? Tatsache! Man muss diesen ein Scheißsprung erschaffen und hat 8-2 geschafft. Holy fucking shit, Alter. Ach, 3. Ja, jetzt wird's unlustig. Jetzt kommt nicht das über den Wolken-Level. Ja, das über den Wolken-Level. Wie sieht das aus? Genau, jetzt wollen wir nur ein Level über den Wolken. Why? Als ob der Spieler nicht schon genug bleiben muss. Du bist so ein Arschloch, Alter. So ein Gottverdammter Wichser. Ich bin so lucky, hey. Schaff ich das? Ja, tatsächlich. Ja, lol. Du bist so... Was ist denn das? Nein, 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 nein. Und nochmals, nein. Schnell, bevor der Arsch zurückkommt. Hier drüber, danke. Mama, Bruder. Stirb, nein. Stirb. Damit nicht. Was ist dieser Kupa, Alter? Hat das da wieder einen Checkpoint? Da stehst du, er ist so dumm zum Springen, aber zum Sliden des kann er wie in eins. Kommt. Jawoll. Ist tot. Komm, wir in alle Ruhe jetzt locker flöckig. Warte mal. Jawoll. Woh? Woran bin ich gestorben? Was zum... Weg, Alter. Ja, über ihn drü... Warte. Äh, äh, diese Spieste. Im Wissens-Begift-Block. Ist das so in der Hand? Ist das so in der Fickte, Ernst? Invisible-Block. Komm, jetzt wird's lächerlich. Invisible-Poison-Mushroom-Block. Vor allem beide saumäßig geil ausgetrickst und dann wegen dem verkackten Invisible-Block und dann auch noch so ein bickig knackten behinderten Poison-Schroom-Block. Dieses Level, Alter. Das gefällt mir einfach jetzt schon. Meine Phrasen. Ja, so kann man's auch machen. Schätz ich mal. Schon wieder ein Poison-Schroom. Alter, was ist das? Diese Poison-Schroom-Farm? Alter, ohne Witz. Was ist das? Also lustig ist es nicht. Finde ich zumindest nicht. No, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, du bist ein ganz cooler, weißt du das eigentlich? Mit deinen sexy Memes möchtest du dich mit Hyperspeed auf mich zudrückst. Oh, ja, Digga. Genau das will ich sehen. Komm, komm. Ich hab die Typen gekillt? Moment, kann ich nicht einfach unter denen drunter durchrennen? Ich mein, die springen ja eh, sobald du dich auf die zu bewegst. Also müsste ich rein theoretisch unter dem Spaßvogel unten drunter durchkommen. Wenn ich schnell genug bin. Holy fuck, ich hab's sogar geschafft mit dem Giftsblock. Ich hab gemerkt, nein, das geht nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder der nächste. Nee, doch nicht. Oder er ist mal wieder nicht gespawnt. Lol, dass ich den erwischt hab. Das ist ein halbes Wunder. Und da kommen da zwei hintereinander. Das ist immer das Geilste, wenn sie das so denken. Nee, da platzieren wir zwei hintereinander. Einfach nur geil, kann ich eigentlich sagen. Wenn du jetzt das Level spielst, da bist du echt... Oh. Kaum zu glauben, dass ich die Stelle wieder geschafft hab. Einfach drüber... Oh, fuck, man. Muss ich zweimal springen. Okay. Also die ersten beiden Siggis springen. So weit sind wir ja schon. Oh Gott, dann bist du da zu blöd zum Hüpfen. Oh Gott. Beim Paulsen-Mushroom-Block brauchst du ein bisschen Glück und alles. Aber ansonsten... Ansonsten geht's eigentlich. Ja, die Stelle mit dem Cooper hier, die ist ein bisschen dämlich und alles. Aber über den kommst du drüber und auch über den kommst du irgendwie drüber. Wenn's dir Glück hast. So. Die Sprungfeder hier ist nicht schwer. Einfach über die beiden Typen drüber. Brauchst du nicht einmal... Zwei Mal wollte ich sagen, wie hochwürft ihr sein? Du Hammer, bitte. Ich hoffe mal, das war jetzt einfach nur Anlag... Okay. Hey, dieser Cooper... Er hat... Ist nicht gedacht, so... Ja, der Ständer Cooper, ne? Na, hatte die CD. Eins, zwei... Oh, sogar am... Invisible Block vorbei. Hier drüber. Nein, der springt ja gar nicht. Oh. Alter, diese... Diese beiden Hammerbrüder, die sind nicht lustig. Habe ich dich. Hier einfach geschehen drüber. Du, du... Ah, scheiß auf dem Block. Auf dem Block kann ich eh scheißen. Hier drüber. Spring. 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 Jetzt wird es mich aber komplett verarschen. Was war das Ding? Spring. Spring. Ah, nee. Da habe ich abgebremst. Falsch. Der ist beim zweiten Dingsmuster abgebremst. Oh. Das ist das Level. Alter. Was ist das? Alter. Nein. Oh, Gott. Lol. Mhm. Schön. Ja, wie jetzt. Von dem Block aus seid ihr rüberkommen. Ihr seid doch wahnsinnig. Ihr seid doch echt nicht mehr... Was ist das? Das ist sie. Ich bin so froh, wenn sie so auf den Scheiß Flaschenzug schaffst und dann machen sie so eine Scheiße. Äh. Jetzt kommt wieder der Spaß, ey. Oh, ja. Komm. Nein, 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 nein. Ich gehe nicht mit dem Anlauf. Ist das denn irgendwo... Nee, das ist, glaube ich, der Einzige. Ja, du bist echt... Boah. Spann, ey. Third Level. Ja, ich habe ihn. So. Sigi 1, Sigi 2. Beide geschafft. Hier einfach drüber. Eins und... Ach. Zu stark abgebremst. Letztes Leben. Letztes Leben. So, nochmal. Sigi 1, Sigi 2. Beide geschafft. Das ist nicht schwer. Hier einfach drüber. Jetzt ist er gar nicht mehr gesprungen. Ich dachte mir gerade so, ja, das mache ich so, indem er springt, aber... Er wollte nicht... Er wollte nicht... Koopas. Er ist so ein... Schlechter Scherz, ey. Schlechter Scherz, ey. Sau schön. Also ohne Schmarrn. Der ist Sprung, ne? Der ist Sprung. Das ist so... Ne. Und dann musst du danach ja nochmal so einen machen, der so 1a sitzen muss. Und du bist eh das größte Arschloff, wenn man dich da am Anfang nicht trifft, dann ist eh gleich alles vorbei. Wie hieß es ursprünglich Super Mario Bros. 4 Super Plays? Oder irgendwie so, haben sie es, äh, beworben. Den Scheiß hier, Alter. Sprung, knapf! Die unendliche Geschichte. Ich will doch einfach nur hier durch, Alter. Das gibt's doch nicht. Das schaffst du. Selbst... Selbst das schaffst du. Ja, das... Pech gehabt, aber... Das danach mit diesem... Ja, spring perfekt. Das ist so behindert. So behindert. Das... Das... Ich hätt's dem Kopf nicht aus. Ja, toll. Jetzt kommt der Arschlack nicht angeflogen, ey. Das ist... Das ist... Das ist so ein Scheiß. Also das ist... Das ist so ein Scheiß. Ohne Schmarrn, Alter. Ich wusste ja, 8-3 wird ein Spaß für alle. Aber das ist... Das ist... Echte Qual gerade. Besondersgleichen. Vor allem kommt es nicht später sogar noch wieder? Haben die Arschgeigen nicht da noch eins gemacht? So in Welt D? Doch, ich glaub schon. Oh fuck, das... Das wird löslich. Ich hoffe, das ist einmalig und ich täusche mich gerade. Aber... Ich seh's kommen. Werden diesen Scheiß... Dreck wiedersehen. So, jetzt fahr die Scheiß... Hä, bis nach ganz oben und dann... Oh mein Gott, ich hab schon meinen Sprungknopf wieder versagen sehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Und ciao.